Landwirtschaftssimulator 22 Aber das ist natürlich nicht das, was wir eigentlich wollten. Sinn und Zweck. Mittlerweile habe ich dann jetzt diese andere Palette geholt. Und das sind diese ganz kleinen Teilchen. Das waren 240 für 7000. Wobei, das ist immer nur der Grundpreis. Wenn man dann Fichte nimmt oder etwas, kommt dann immer noch ein bisschen was dazu. Also die 240 Setzlinge haben mich 12.000 gekostet. Ich habe jetzt, ihr seht es rechts oben, auch ein bisschen Geld noch geholt bei der Bank. Denn das Ganze hat einen Grund. Ich habe jetzt Lust, in dieser Folge mal hier mit dem Vollernter zu arbeiten. Einfach mal zu testen. Wir werden uns einen mieten. Denn, wir gucken mal hier kurz rein. Wir haben ja allein mit den paar Bäumchen, die wir da gefällt haben, jetzt Hackschnitzel 200.000 Liter gemacht. Und wenn es gut läuft, kriegen wir also pro 1000 Liter 1000 Euro. Das heißt also für diese 200.000 200.000. Und ich habe mich ein bisschen kundig gemacht. Aber wir gucken da gleich in den Shop, was wir uns holen. Also das ist so ein bisschen die Idee für diese Folge. Ich will auf jeden Fall hier diese Bäumchen abholzen. Und hier auf der rechten Seite. Ach, da liegt er ja. Hier liegt ja das Bäumchen, was wir schon weggebracht bzw. gefällt haben. Okay, das müssen wir dann auch wegbringen. Und dann holen wir uns den Kollegen. Und dann werde ich euch auch ein bisschen was erzählen. Denn ich sehe gerade, dass hier, ja, es wieder was Neues gibt hier bei Giants. Die Geschichte ist eigentlich die, dass die jetzt das Geheimnis gelüftet haben bezüglich eines Premium Edition, die dann kommen wird. Aber erst im November. Aber da komme ich gleich dazu, worum es da wirklich geht. Jetzt müssen wir ja erstmal den Baum hier noch wegmachen. So, das seht ihr übrigens. Da haben wir die Setzlinge. Das sind noch so 220 Stück ungefähr. Also da können wir noch den ganzen Berg hier vollpflastern mit neuen Bäumchen, mit Setzlingen. Und deswegen können wir ja auch kräftig jetzt anfangen zu arbeiten. So, rückwärts. Schwuppdi-schwupp. Na, komm. Jo, sehr schön. Weil dann werden wir nämlich die Bäume hier, den Baum hier aus dem Weg. Und dann können wir nämlich auch hier diese Poltergabel aus dem Weg nehmen. Den Frontlader. Gut. Ja, das wird dann spannend. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert, wenn wir dann den Vollernter nehmen. Ich habe mir auch da ein bisschen Gedanken gemacht, weil es gab ja im Expansion ja auch noch andere interessante Maschinen. Aber da kommen wir dann gleich dazu, wenn wir mal kurz in den Shop schauen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er die Bäumchen auch annimmt. Aber wie gesagt, da lügen wir uns ja ein bisschen in die Tasche, wenn wir jetzt tatsächlich hier diesen, ja, ich sage es mal, Back, weil das kann ja eigentlich nicht sein. Wir schauen mal. Ja klar, wird verarbeitet. Oder? Ja, 1394 wird verarbeitet. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, dass wir hier praktisch die fertigen Bäume dann dahin pflanzen, ja. Also das kann es nicht sein. So. Dann machen wir das auch noch weg. Gut. Okay. Aber das macht hier richtig Laune mittlerweile hier. Forstwirtschaft finde ich richtig spaßig. So. Wir haben 14.08 Uhr. Lasst mich mal ganz kurz die Zeit langsamer stellen. Hopp da. So. Denn wenn wir uns jetzt das Fahrzeug mieten, dann will ich das eigentlich auch nur für eine Stunde machen. Komm mal rauf. So. Und dann werden wir den hier, jetzt lasst mich mal kurz überlegen, wo parken wir den am geschicktesten. Yo. Ich habe auch fast überlegt, ob wir hier dann doch die Fläche platt machen. Und dann hier eventuell auch Bäume pflanzen. Das wäre eigentlich auch eine Option. So. Den stellen wir jetzt erstmal hier ab. Denn wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann sollte ja der Vollernter die Bäume direkt bis hierher bringen. Und dann dahin kürzen. Denn letztendlich spielt ja die Länge der Bäume keine Rolle bei dem Häckseln. So. Und wenn man natürlich jetzt hier rüberfährt, sehen wir beim Sonnenblumen, das hier bei Restaurant ist es jetzt hier blau. Und das wird wohl dieser Sonderpreis sein. Ja gut, ist jetzt nicht der Burner. Wenn man dann schaut, 3,8 im Februar. Aber gut, jetzt im Moment wäre es natürlich ein verhältnismäßig guter Preis. Sonderpreis hätten wir Sonnenblumenöl. Aber wie kann ich erkennen, wie kann ich erkennen hier aus dem Stehgreif, wo eigentlich ein Sonderpreis ist? Ich muss jetzt praktisch jedes einzelne Ding hier durchgehen und dann gucken, wo es blau ist. Und das finde ich irgendwie nicht so gut. Das war, glaube ich, früher irgendwie anders geregelt, besser geregelt. Also wenn ihr da eine Idee habt, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare, wie man da also schneller erkennen kann, wenn es irgendwelche Sonderpreise oder Sonderaktionen gibt bei irgendwelchen Verkaufsstellen. Wir gucken jetzt mal hier rein. Und da sind wir bei den Forstmaschinen. Und ich bin fast geneigt, hier diesen Komatsu gleich zu nehmen, weil ihr seht es unten. Der verarbeitet anscheinend Stämme bis 71 Zentimeter. Und ich habe da noch gar kein Gefühl, der macht hier 80 Zentimeter und ich habe noch gar kein Gefühl, was diese Fichten und so weiter. Und da haben wir ja auch Kiefern, haben wir da Kiefern? Ja, was die denn eigentlich für eine Baumstammlänge haben, beziehungsweise dicke. Denn das hier ist ja im Expansion-Paket dabei gewesen, im Platinum Expansion. Und da sehen wir 65 und 70. Also das ist eigentlich weniger. Und was natürlich auch interessant wäre, ist dieses Gerät natürlich, weil das macht bis zu 120. Also mir geht es auch ein bisschen darum, dass wir natürlich hier eine unheimliche Hanglage haben. Und da halte ich so ein Raupengerät fast für geschickter. Aber der hier ist auch interessant und auch nicht so teuer. Aber der kann natürlich nicht entasten. Der ist nur zum Fällen und kann halt zwei Bäume wegtragen und kann die legen. Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht, die ohne Entastung darüber zu legen. Also ich würde die schon gerne entasten wollen und deswegen eigentlich irgendwie so ein Gerät. Und sonst, ja, eine andere Option ist natürlich hier so einer mit dem entsprechenden Kombi. Da haben wir hier was. Gleichzeitig geerntet und zusammengelegt. Aber der entastet, glaube ich, nicht. Was ist das? Gepflanzt. Ach, ist sehr interessant. Okay. Und das ist zum Baumstümpfe entfernen. Ja, okay. Also ich bin jetzt ein bisschen geneigt. Und gerne würde ich ja expansion, aber ich bin fast geneigt, hier dieses Teil zu nehmen. 251 PS, weil wir da einfach mit den 71 Zentimetern irgendwo, glaube ich, auf der sicheren Seite sind. So, Reifenvariante. Brauchen wir Reifenvariante? Ah ja, okay. Da hätten wir dann ein bisschen Kettenantrieb. Jetzt schauen wir mal, was uns das Ganze als Miete kostet. 22.593. Ja, es gibt nur die zwei. Und dann nehmen wir halt diese... Was ist da der Unterschied? Okay, wir gehen da ein bisschen näher ran. Eko. Okay, Evo. Oh, okay. Also das sieht man dann sehr stark danach aus, als könnte er da hochkommen. Ja. Ob das jetzt aber wirklich so viel ausmacht. Wir nehmen einfach das hier. Das dürfte auch passen. Und werden das Ganze jetzt mal mieten. Okay. So. Und dann werden wir da mal zum... Na, wo sind wir denn? Hier müsst ihr doch stehen. Sehr schön. Motor an. Und dann fahren wir damit mal. Aber das Ganze kann natürlich ein bisschen länger dauern. Weil der Kollege ja gerade nur mal 20 kmh fährt. Aber ich habe da jetzt echt Bock drauf und will mal sehen, wie das Ganze funktioniert für die Zukunft. Denn wenn sich das wirklich als lukrative Einnahmequelle entpuppt. Und da bin ich mir ja mittlerweile sehr, sehr sicher. Mit dieser... Mit diesem tollen Mod. Mit dieser Produktion von Zottelzockt. Äh, beste Grüße hier. Und das dürfte uns auf jeden Fall richtig Kohle dann im Winter einspülen, rein spülen. So, dann machen wir hier einfach mal... Oh, okay. Kommt, da war es ein, nein. Dann machen wir doch einfach mal den Tempomaten rein. Und in der Zwischenzeit kann ich euch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar zu diesem Expansion und Premium Edition. Also da wird es natürlich eine Expansion geben für alle, die schon den Landwirtschaftssimulator haben. Und dann wird es natürlich für alle ein Komplettpaket geben, wo dann eben auch das Basisspiel mit drin ist. Und das Interessante ist halt eben, dass es auch neue Feldfrüchte gibt, neben einer neuen Karte. So, hier müssen wir links hoch. Es wird also neue Feldfrüchte geben. Die Karotten hat man ja schon ein bisschen geahnt, dass die kommen werden. Dann Pastinacken werden kommen und rote Beete. Also sehr interessant. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall wird es auch dementsprechende Erntemaschinen geben. Und natürlich der Anbau wird auch ein kleines bisschen anders sein, steht in der Beschreibung. Weil da müssen wir kleine Dämme bauen. Ja, interessant, interessant. Und es gibt eine Map aus Mitteleuropa. Zilonga soll diese Map heißen. Also ganz interessant. Und weitere Sachen sind natürlich zusätzliche Produktionen. Kartoffelchips und ähnliches. Und Konserven soll man herstellen können. Und es wird über 35 neue und spezialisierte Geräte geben. Vollernter zum Beispiel auch. Und einige neue Marken werden auch vorgestellt. Und das Ganze soll kommen zum 14. November. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit. Und die wichtigste Information ist natürlich auch die. Und deswegen hat man es ja auch schon ein bisschen gesehen. Und geahnt, dass da was kommen wird. Dass natürlich alle, die den Season Pass haben. Season 2. Da ist natürlich dann diese Erweiterung mit drin. Was das Ganze kosten soll. Glaub ich, da steht hier noch nichts. Aber natürlich wird es auch hier wieder so einen berühmten, ich sag mal, Frühbucher. So. Kommen wir hier rum. So, ja. Und, ach, das ist ja, mit Dingkarte, äh, Kamera. Und, äh, ja, wie gesagt, ihr habt da auf jeden Fall noch jede Menge Zeit bis November, um euch da Gedanken zu machen. Es gibt ein schönes Video auch, was die ganzen Gerätschaften vorstellt. Auf der Giants-Seite könnt ihr euch einfach gerne mal ansehen. Darf man gespannt sein. Ich persönlich, boah, bin es auf jeden Fall. Karotten, rote Beete. Hm, warum nicht? Auch mal was anderes. Ja, kann man schon mal machen. Vor allen Dingen, wenn es dann neue Erntemaschinen gibt, die eben nicht immer, ich sag mal, Drescher oder so weiter sind. Sondern mal was völlig Neues und anderes. So, hier müssen wir links und den Berg hoch. Bis jetzt macht er das ganz ordentlich. Ah ja, und jetzt merkt man hier dann doch schon die Steigung. So, und wieder die Automatik, beziehungsweise ein Tempomat. Was war denn das gerade hier rechts? Wir haben ja hier beinahe hier das, äh, Laufband. Ach, du Scheiße. Ach, okay. Äh, äh. So, das ist es. Okay. Ja, da muss ich mich auch erst wieder dran gewöhnen. Da bin ich auch mal ein bisschen gespannt, wie wir dann hier zurechtkommen mit der Steuerung. Das ist alles lange, lange, lange her. Ja, aber es gibt ja auch hier eine neue Funktion, dass er sich ja die Stämme, glaube ich, irgendwie gut krallt. Das werden wir uns dann gleich anschauen. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Wenn wir noch eine Stunde länger sind, sind es, glaube ich, nochmal 9000 oder so. Dann wären wir halt bei 30. Aber das ist machbar. Und wie gesagt, also mit den Stämmen können wir richtig Kohle machen. Okay. So, da sind wir jetzt auch schon. Dann, äh, muss ich nochmal schauen, dass wir erstmal die Hilfe einschalten. Einschalten. So. Helfermenü öffnen. Kamera. Anschalten. Ah ja, jetzt ist er erstmal aufgegangen. Sehr schön. Genau. Dann haben wir Schnittlänge ändern. 5 Meter. Ja, machen wir. Zack. Auf den Blick. 8 Meter. Okay. Ah, wir müssen da drehen. Okay. Was haben wir denn sonst noch? Also, das ist nach vorne. Das ist nach hinten. Augenblick. Okay. Das ist natürlich hier drehen. Und hier ist es dann hoch, raus und hoch. Okay. Und dann haben wir hier Tempomat, Tempomat. Ah ja, okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Aber ich bin mir wirklich klar. Kann das sein, dass es vielleicht erst mit den neuen Maschinen geht? Okay. Dann machen wir hier mal runter. Und das sollte sich die ja irgendwie schnappen, ne? Ah ja. Okay. So, das heißt, Harvester abschalt. Schnittlänge haben wir. Harvester drehen. Kann zum Baum ausrichten. Ah ja, dann schnappen. Ah ja, okay. Dann hat er die Automatik. Ne? Ah. So, jetzt müsste er sich aber irgendwie das Ding schnappen. Äh. So, jetzt ist er an. Aber wie schnappt er sich denn das Ding jetzt? Ne. Hupen. Motor stoppen. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil der müsste sich doch das Ding jetzt irgendwie schnappen. So, jetzt macht das wieder zu. Tja. Harvester anschalten. So, jetzt haben wir es doch. Kran ausrichten. Baumharvesterkopf fallen lassen. Sägen. Okay. Jetzt haben wir es. Gut. Oh, eine Trophäe. Sehr schön. So. Ähm. Ja. Okay. Jetzt müssen wir das hier. Ah, stopp. Jetzt müssen wir das hier sägen. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Okay. Ein bisschen zurück. Ja, dann machen wir doch lieber kleinere Stämme, habe ich so den Eindruck. Das wird besser sein. So, machen wir vier Meter. Okay. Okay. So weit, so gut. Dann schauen wir mal, was er dazu spricht und was er jetzt wegnimmt. Er nimmt alles weg. Das ist schön. Viel, viel Platz hier. Sehr gut. Dann holen wir uns den nächsten. Und dann denke ich, werden wir da auch langsam reinkommen. Wir müssen uns den ja nur schnappen. Sägen. Okay. Das Schöne ist, wir können uns dann den Baum hier zurecht, zurecht ziehen. Ja, und dann tut es das auch, wenn wir hier auf vier Meter gehen. Ich denke, das spielt ja alles keine Rolle. Dann machen wir eben kleinere Brötchen sozusagen. Oder? Oh, den nimmt er nicht. Okay. Ja, der ist zu schwer. Kein Problem. So. Mal einen Blick. So, dann holen wir uns den nächsten. Jetzt würde ich aber gerne... Nee, jetzt holen wir uns noch einen von hier vorne und dann holen wir uns einen von oben. Ähm, mal einen Blick. Ja, die Steuerung. Ah, den hat er noch nicht. So, was ist das zu hoch? So. Jetzt hat er dann... Okay. Naja, okay. Okay. Ja, so funktioniert das doch sehr schön. Okay. So, jetzt schauen wir mal, dass wir den hier vielleicht noch ein bisschen... Na? Ja, ich vermute mal, dass wir den jetzt auch nicht haben. Äh. Ah, okay. Dann müssen wir viel weiter drüben anscheinend sein. Die frisst er nicht. Die sind zu weit. Okay. Gut zu wissen. Ich denke, die ganze Zeit, ich höre irgendwelche Alphörner hier. Kann das sein? So, jetzt schauen wir mal, ob wir einen von da oben runtergezogen bekommen. Ja, also wie gesagt, wir nehmen... Ups. Ja, da müssen wir ein bisschen hoch. Ah. Ja, das wird interessant. Nee. Na. Ja, die Steuerung. Damit muss ich erstmal hier zurechtkommen. Ah, das ist ja toll hier. Diese Neigungstechnik, ne? Ja, das ist ja cool. Dann schaut er immer ein bisschen, dass er waagerecht bleibt. Coole Sache. Nicht schlecht, Herr Specht. Sauber, sauber. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da bringt uns wenig. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen runter. Äh, ausrichten. Bringt das was? Kran zum Baum ausrichten. Nö. Ja. So, nochmal zum Baum ausrichten. Ach, da muss man draufbleiben. Okay, alles klar. Ich hab's begriffen. Das macht's jetzt natürlich einfacher. Okay. Dann ziehen wir uns das Teil hier runter. Ohne über die Baumstumpen hier zu fahren. So, und dann müssen wir das hier ein bisschen ranziehen. Oh, das ist immer alles so komisches Gucken hier. Bisschen mehr in die Richtung. Ja, wenn man mal hier unten ist mit dem Teilchen, dann ist es natürlich hervorragend. So, jetzt schauen wir noch mal. Den hier wieder ein bisschen in die Mitte ausrichten. Und dann hoffe ich, dass wir nicht wieder irgendwo am Boden hängen bleiben. Oh, der kämpft aber auch hier hoch. Also, das ist natürlich schon ein ganz schönes Gelände hier. Und da müssen wir ganz schön kämpfen. Da brauchen wir auf jeden Fall PS. So, okay. Am Baum ausrichten. Und jetzt hat er ihn. Das ist gut. Ach du Schande. Was hab ich jetzt gemacht? Uh. Ups. Das kann ja Eiter werden. So. Schauen wir mal. Wo er die Dinger hinschmeißt. Ja, das ist ein bisschen vielleicht zu weit. Okay. Dann schauen wir mal, was er jetzt hier aufräumt. Oh ja, doch einiges. So, was haben wir denn jetzt drin? 12.187, ja. Ich glaube, ganz so ergiebig sind diese Baumstämmchen nicht. Dann nehmen wir doch mal einen neuen. Dann schauen wir mal, was wir da rauskriegen. Wir wollten ja sowieso in diese Richtung agieren. Und hier drüben noch ein bisschen aufarbeiten. So. Einen Blick. Ah ja, dann holt er sich genau an die richtige Stelle. Okay, dann ziehen wir uns den her. Ah, das ist ein großer Stumpen, aber was soll's. So, den hat er nicht. Okay. So, da könnte man ein schönes Thumbnail machen. Ups. Okay, das passt soweit. Da haben wir noch einen. Jetzt schauen wir mal, was dabei rumkommt. 14.211 haben wir jetzt. Okay. Das wird doch was. So, einen holen wir uns noch. So, vielleicht ist es dann besser doch aus der Innenansicht. So, und. Leuchtet, erleuchtet. Ja, das ist natürlich schon nicht verkehrt, so. Und sägen. Und das Teilchen hier mitnehmen. So, jetzt müssen wir dann trotzdem wieder gucken. Ja, die Stumpen müssen wir, glaube ich, wegmachen. So. Augenblick. Mal ein bisschen hier ran. Hä? So. So, nach unten, nach oben. Nach drehen. So, wieder ein Schuh draus. Okay. Okay, und nochmal ein Thumbnail. So, jetzt haben wir ein paar. Wunderbar. Dann machen wir hier noch fertig. Ja, tolle Sache hier. Oh. Mitten durchs Führerhaus. Ah ja, das ist natürlich ein ganz anderes. Der sägt hier deutlich mehr. Also, da kommt ein bisschen mehr rum, so wie es aussieht. Und weg damit. 17.191. Und wenn wir das natürlich verarbeiten, das können wir jetzt noch schnell machen. Schmeißen wir mal an. Dann tut sich hier einiges. So, ihr seht also, es tut sich hier auch einiges hier bei uns auf der Map. Ich mache mal hier nochmal das aus. Es tut sich auch hier einiges auf der Map. Wir machen hier ganz, ganz stark, äh, so. Forstwirtschaft. Und haben uns hier dieses schönste Gerätchen, den Komatsu, den Komatsu hier ausgeliehen. Den 931 XC. Und, äh, mit dem werden wir jetzt hier noch ein bisschen herumhantieren. Denn wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor hier die nächste Rate fällig wird. So, wenn ihr das immer noch auch spannend findet, was wir hier tun auf dieser Map. Und an diesem Projekt würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst. Oder vielleicht sogar ein Abo. Wunderbar jedenfalls. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch für die Aufmerksamkeit, fürs Zusehen. Und, äh, sage wie immer hier an dieser Stelle. Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal hier beim Landwirtschaftssimulator 22 Forstwirtschaft. Bye, bye.